Daron, wie hast du Jalan eigentlich damals kennengelernt? Oh ja, erzähl es ihm, Daron, erzähl es ihm. Oh ja, ich war in Piraine-Furten in Tobrien stationiert. Und Jalan und Abelmir und einige andere ehemalige Gefährten kamen gerade aus einer Mission im Feindesland, aus Julgurmak. Ah. Nun, und meine Aufgabe war es, sie zu befragen und auf dämonisches Wirken zu untersuchen. Nicht, dass sie noch etwas mitgebracht hatten oder, nun ja, versucht wurden. Ja, sehr üblich. Aber Moment, wenn ihr sie befragt habt und so, dann vielleicht eine Aufzeichnung davon? Selbstverständlich gibt es eine Aufzeichnung. Sie ist in den Archiven der Pfeile des Lichts. Na, und wenn sich Jalan damals als Jalan Schnattermoor vorgestellt hat, dann müsste das doch in dieser Aufzeichnung vorkommen. Ja, natürlich, das sehe ich noch bildlich vor mir. Ich habe den Bericht ja geschrieben. Jalan greift im Mund von Schnattermoor. Und Jalan wird den Bericht ja dann vermutlich unterschrieben haben, um seine Authentizität zu gewährleisten. Selbstverständlich. Also ich würde aber kaum etwas unterschrieben haben, was auf dem mein Name nicht draufsteht. Wunderbar, dann müssen wir einfach nur in die Archive der Pfeile des Lichts und diesen Bericht uns anschauen und dann haben wir endlich Klarheit. Natürlich. Sag doch du etwas dazu. Wie hat sich Jalan an dir damals vorgestellt? Als hey, holt mich hier raus. Nun ja, die Umstände waren etwas verzwickt, könnte man sagen. Warum beharrt ihr darauf, ihn an seine Vergangenheit zu erinnern? Jalan greift mir doch auch nicht den ganzen Tataran, dass er mal Weißmagier war. An einer guten und angesehenen Kampffschule. Richtig. Warum müsst ihr mich also da versuchen, an deine Dinge zu erinnern, die nie passiert sind? Vielleicht ist es an der Zeit, die Vergangenheit rumzulassen. Aber es ist doch merkwürdig. Und die Einzige, die sich hier merkwürdig benimmt, seid ihr. Niemand anders kann sich an dieses sogenannte Schnattermoor erinnern. Aber Jalan, genauso wie es mit meinem Bruder war, ist es wichtig, Traumata aus der Vergangenheit aufzuarbeiten. Wir können uns gerne einmal ganz ausführlich darüber unterhalten, welche Leiden ihr eventuell verdrängt habt. Wisst ihr, um zu einem vollwertigen und kraftvollen Menschen zu werden, müssen solche Dinge aufgearbeitet werden. Nur dann kann man sie überwinden. Ja, können wir jetzt endlich mit dem Gelaber aufhören und die beiden haut euch. Ich wollte es gerade sagen, euer Geschwafel würde ich gerne verdrängen. Ja, also ich habe hier schon, ich habe schon Wetten abgeschlossen, Isarun. Ich werde mich nicht mit Isarun schlagen, wenn sie endlich aufhört, darauf zu bestehen, ich hätte mal Schnattermoor gehießen. Ja, Isarun, das kannst du dir nicht bieten lassen. Der Linke, komm, gib ihm der Linke. Vielleicht sollten wir uns alle etwas beruhigen und heute Abend diesen Oog dann aufsuchen. Ja, also, Jarlan, ich möchte mich wirklich nicht mit dir schlagen, aber damals hast du das wirklich. Nun ja, wenn du darauf verstehst, es weiterhin Blödsinn zu nennen, wenn ich die Wahrheit spreche, vor deinem Gott. Niemand anders kann sich hier daran erinnern, dass ich Schnattermoor heiße. Ich bin einfach dafür, Isarun, dass du mir jetzt eine Linke mitgibst. Ich habe dann gewonnen und alles ist gut. Profil, ihr seid nicht hilfreich. Ich habe gewettet, aber mir. Ja, aber es ist trotzdem nicht hilfreich. Also, nur mit meinem eigenen Geld im Grunde, aber das ist doch egal. Ich gewinne einfach gerne. Belassen wir es dabei. Er möchte nicht so genannt werden. Das wird er reichen. Wir sprechen einfach nachher mit Ukdan, der wird es ja wohl noch wissen. Und noch viel besser, wir fragen morgen Sani. Der wird es ja wohl noch wissen, denn in seinem Schiff haben wir uns damals eingetragen, als wir angeheuert haben. Ja, oder Fürchte Pryos, der wird ja mit Sicherheit nicht die Unwahrheit sagen können. Und Fürchte Pryos wird sich allerdings vielleicht auch an nichts mehr erinnern, was länger als zwei, drei Monate her ist. Der ist schon ein echt alter Zause. Ja, ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Gut, dann fragen wir morgen den Kapitän. Das Wichtige ist, dass er sich noch an Pryos erinnert. Alles andere ist zwar trankig. Ja, also, ja, dann, wenn dir das unangenehm ist, dann sage ich das auch nicht mehr, aber ich bin dazu einfach verwirrt. Und dann, mir ist unangenehm, dass ihr dauernd meine Freunde zum Weinen bringt. Hört damit bitte auf. Was für Freunde? Ja, denn deine Freunde... Du, Boltax! Das ist überhaupt nicht wahr, das ist eine böse Unterstellung. Ich habe niemanden zum Weinen gebracht, das war Abelmeer. Ich habe ihn auch nicht zum Weinen gebracht, er ist ein alter Zausel. Die weinen ihn nun wieder schon einmal, aus nichtigen Gründen. Ja, natürlich, ihr seid alle vollkommen unschuldig an allem. Natürlich. Warum habt ihr mich eigentlich getreten, als ich von Albuinen anfangen wollte? Weil der Mann das nicht wissen muss. Das ist ein umstrittenes Thema und das würde sein armes Herz nur belasten. Also muss er es nicht wissen? Oder muss er es nicht wissen? Er muss nicht davon hören. Das klingt vernünftig, jetzt wo Abelmeer ja... ...dermaßen meine Münzauslagen nicht mehr macht, wird ihr doch sicherlich bereit, oder? Ja, dann. Wenn du noch eine Klappe hältst. Schön. So könnt ihr wieder zurück zum Palast der Sinnesfreude gehen und dort nach einiger Zeit auch die Lieferung der Maske in den Empfang nehmen, sowie einige Umhänge, die eure Waffen großzügig verbergen. Ja, habt ihr sonst etwas noch an diesem heutigen Tage vor, oder war es das mit eurer Grundschirmreise für den heutigen Tag? Ja. Ja. Ja, mein Renner, oder? Oder ist das erst morgen? Und heute Abend? Einen Strohhut in Maraskana-Viertel besorgen, keine Ahnung, wie das Wetter wird und natürlich mir von Jahr lang auslegen lassen. Gut. Ja, wie gesagt, ich würde gerne einen Tisch bestellen für sieben Personen, glaube ich, sieben, acht Personen, der da im Palast der Sinnesfreude hieß, glaube ich. Und meine, meine Ankunft morgen avisieren in der Akademie, schon mal ankündigen, du möchtest eine Art of Factor in Auftrag geben? Ja, ich würde persönlich vorsprechen, aber schon mal avisieren, dass ich morgen zu einer beschimpften Uhrzeit da bin halt. Okay, gut. Ja, so könnt ihr dann einen Tisch bestellen und den restliche Zeit mit, ja, wieder dem Aufenthalt bei den Akrobaten und den Gauklern, ja, verbringen. So, dass ihr dann am Abend an einem großen Tisch sitzt, der dann wieder für euch aufgebaut worden ist. Die Nacht beginnt natürlich erstmal mit einem duftenden Badebecken und mit einem Säulengang, durch den ihr dann hindurch flanieren könnt, wo es dann feinste Speisen gibt, die dann auf langen Tischen und Tafeln steht, wo ich dann bedienen könnte. Alles, was das Herz begehrt, könnt ihr euch dann dort nehmen und dann zu eurem Tisch tragen, was dann die thulamidische Küche zu bieten hat. Um euch herum wieder viele farbenprächtige Trugbilder von irgendwelchen Reiterkämpfen, von irgendwelchen vergessenen Echsenreichen oder von wilden Orgien, die dann je nach Lust und Launa schaffen werden können. Oktan kommt für seine Verhältnisse pünktlich, also fünf Minuten nachdem alles begonnen hat, wird er dann mit seiner allanfanschen Tracht dort auftreten, hat eine Kapitänsuniform an und nickt euch zu. Senore, Senorina, willkommen, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich kenne nicht alle von euch, aber ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Darf ich vorstellen, Kapitän Oktan, von der... Von der allanfanschen Armee, genau. Nun ja, von eurem Schiff. Dies ist die bezaubernde Sulamin Al-Shabra. Sehr erfreut. Ah, Senora, er nimmt deine Hand und küsst sie. Mein kleiner Gefährte hier ist Boltax. Ah, es freut mich. Mir gefällt euer Akzent. Der klingt so ein bisschen nach Punin. Nach Punin? Ja, das liegt daran, dass die Puniner unseren Akzent gestohlen haben. Oh. Die andere bezaubernde Person ist Iserun von Spurgel. Sie sind eine, nun ja, ehemalige Kollegin. Ja, auch ihr küsst die Hand, schöne Frau. Sehr erfreut. Dieser große Herr ist Rafim. Ihn kann er, wahr? Ah, ein allanfahner. Ja. Freut mich, euch kennenzulernen. Ja, Landkinder, bereits. Ihr solltet auf meinem Schiff anheuern, Rafim. Wir brauchen Brüder der Besaltfäuste gerne. Ach, euer Schiff. Wie viele Mann? Die Adena Maru. 16.000 Dukaten. Dreimastige Galere. Ein Ruderkriegsschiff, mit dem wir schon das ein oder andere an torwaltschen Flotten versenkt haben. Ihr seid ihr Trab hochgefallen, Doktor. Ja. Das stimmt wohl. Vierhundert Mann. Aber vierhundert. Und ihr könntet ihr Priester, ihr Kriegspriester sein. Oh, das ist natürlich ein Angebot, aber ich muss mich erst um andere Dinge kümmern. Ich werde diese Antwort als Ja vermerken und euch Briefe schreiben. Ja, das ist immer nett. Ich habe immer gerne viele Briefe. Ja, welchem Gründen dient ihr? Doch. Momentan. Das ist ja... Manche... Sowas sagt man doch eigentlich nicht. Ihr wisst das doch. Ja, richtig. Wir sind ja von der Beiseite. Wir dienen natürlich keinem Granden exklusiv. Ja, bei wem seid ihr unterstellt. Ja, Gordo. Gordo. Ah, Mensch. Ja, ich bin Pascaflorios zugetan. Ja, das ist ja kein Problem. Nein, ist es nicht. Ja, lang, alte Socke. Er schlägt ihr auf die Schultern. Hauptsache, offensichtlich ist es dir. Im Gegensatz zu vielen anderen gutergangen in der Zeit. Ja, si, Signore. Meine Schiffe sind nicht untergegangen. Ehre soll mittlerweile sogar. Ja, eure? Zwei Stück habe ich gehört. Ich habe gelacht, laut und schallend. Ja. Und eure Kontormeisterin ist mit dem Geld abgehoben. Sagen wir einfach, Carino hatte noch nie einen sonderlich vertrauenswürdigen Geschmack, was Frauen angeht. Ja, Hauptsache, ich habe gehört, sie war sehr schön. Sie war sehr schön, habe ich gehört. Wie gesagt, ich habe ein paar Tränchen gelacht, als ich davon gehört habe. Mehrfach. Erst von dem Kontor, dann von den Schüffen. Es war sehr lustig, anzurühren. Aber ja, wenn ihr ein Schüff braucht, ich habe die Adena Maru vor uns im Hafen. Wir werden sicherlich zu gegebener Zeit darauf zurückkommen. Wir werden morgen noch einem befreundeten Kapitän einen Besuch abstatten. Vielleicht fährt er auch in dieselbe Richtung. Ganz wie er mögt, macht, was ihr nicht wollt. Ich dachte mir, dadurch, dass ich alte Kontakte zu euch pflege und Abelmi ist mir wie von den Göttern geschickt durch in die Hände gelaufen, er dachte, er kann mich einladen und so stehe ich hier. Wir sind auf jeden Fall dankbar für das Angebot. Und wir werden uns wiedersehen, wie auch immer. Aber jetzt lasst uns erst einmal essen. Ja, und erzählt mir, wie die Puniner euren Akzent gestohlen haben. Da bin ich ganz gespannt. Na, ihr müsst wissen, dass die anderen Fahner... Damals hat sie gegen die Wüstenleute, die die Sandleute gezogen sind, die da kommen. Wir haben sie einen nach dem anderen besiegt und sind dann sogar bis nach Punin vorgetrunken. Und deswegen sprechen sie so wie ihr, wie wir. Das ergibt Sinn, oder? Dann kam aber Leoma vom Berg und... Naja. Leoma ist lange tot. Leoma lebt noch. Leoma lebt noch? Ja, Leoma lebt noch. Nun, gerade so. Aber ich habe ja gehört, dass er ein Verräter ist. Deswegen ist er tot. Der Jan hat knirscht geschlagen mit den Zähnen und stochert wieder an seinem Essen. Wieder einmal hat das groß-alanfanische Patriarchat euch besiegt. Ist das wahr? Nun ja, nicht ganz. Sie besitzen nur noch Selim. Zodermin, was kann ich tun, dass ich mir eure Gesellschaft für heute Abend leisten kann? Ich bin nicht käuflich. Da sitzt man schon mal mit einer so hübschen Frau hier beieinander. Und das wird mir doch nicht... Das ist mir von den Göttern, von Raya selbst, wurdet ihr mir hier neben angesetzt. Das muss ein Kamala-Kausalknoten sein, dass wir uns hier treffen. Raya will es. Ganz gewiss. Nun, ich bin es gewohnt, dass die Menschen mich begehren. Aber... Überzeugt mich. Ihr wollt, dass ich um euch kämpfe. Ihr macht es mir nicht leicht. Keine Sorge. Keine Sorge. Das hat euch jedoch auch nicht erwartet und würdet ihr auch nicht wollen. Ja, ich mag es, wenn sie wieder spänzend sind. Da kommt nichts Gutes bei rum. Ihr müsst wissen, dass Yalan früher alle Dinge, die er von der See weiß, von mir gelernt hat. Ich war sein Mannschaftssprecher. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe auch ein oder zwei Sachen von Sanin gelernt. Er hat ein Schiff gestohlen und hatte dann eine Mannschaft gesucht. Und ich war der Erste, der seine Mannschaft beisammenhalten konnte. Wie ein Floh-Zirkus. Alle tanzten sie ihm auf der Nase herum. Niemand mochte ihn. Alle wollten sie gegen ihn meutern oder rebellieren. Das ist ja gar nicht vollständig wahr. Ich verstehe. Er hat euch gebraucht als jemanden, der die Peitsche schwingen kann. Er hat mein Charisma gebraucht, aber er spreichelt ja seine Peitsche. Jedenfalls, Uctan, lass die Finger von Raihanis. Da kommt nichts Gutes bei rum. Die Peitsche kann man auch gut im Schlafzimmer benutzen, Zulamin. Oh, wenn ihr glaubt, dass ihr nicht dominieren könnt. Ich lasse es auf einen Versuch ankommen. Schnick, schnack. Oh, aber Uctan, erzähl doch noch ein bisschen mehr von Jalans illustrer Vergangenheit. Nein, macht lieber Wörter die Raihanian, ja? Doch, Jalan, jetzt lass ihn doch nicht ins Messer laufen, nur weil du dich ablamierst. So erzählt Uctan eine sehr eigene Variation, eine eigene Geschichte davon, wie es sich damals auf der Gezeiten-Spinne zugetragen hat. Ja, ja, dann wird allen Teilen versuchen, Korrekturen einzuwerfen. Bei der puren Menge an Bullshit. Ja, alle zwei Sitze. Ja, ich glaube, bei der puren Menge an Bullshit Joklan auftischt, wird er einfach nicht dazu kommen, wirklich alles richtig zu stellen. Ja, aber er ist ja sehr charismatisch auf seine eigene Art und Weise. Also, er ist halt Pasha und ich glaube, das wird eher, vor allem bei Isauron, wird das so ein bisschen, weiß ich nicht, Pelz auf den Ohren hervorrufen, aber... Pelz auf den Ohren? Pelz auf den Ohren, ja. Also, Zulamin fühlt sich gut unterhalten, aber also, um mit ihm ins Bett zu gehen, reicht das jetzt nicht. Er versucht es trotzdem. Je mehr Zulamin, desto mehr denke ich an Chiara, sonst stache rühtend auf meinen Teller ein. Der ist sauernd. Und dann an deinen Ritter. Ja, mit dem hatte ich ja nichts. Du erinnerst dich dann natürlich auch bei den Erzählern an, ja, Gold Riedgötter vom Meerenhain, dein ehemaliger, ja, Ritter. Du musst mir alle Momente meiner Schande noch mal vor, wofür, fahre ich an der Parade vor den Augen von Weifeln, Junge. Er erzählt von Myria Galahan von Mersing. Glaubt ihm nichts, glaubt ihm kein Wort, was das angeht. Glaubt ihm nicht. Ich finde, das fühlt das doch noch ein bisschen leer aus. Ja, wie gesagt, so könnt ihr euch dann gemeinsam mit Ucdan im Palast der Sennisfreude bei gutem Essen, bei einigen illustren Bildern, die durch Illusionen an die Wand geworfen werden, unterhalten und dann irgendwann schlafen gehen. Am nächsten Morgen. Was habt ihr vor? Ja, Alan, also ich meine, nach der Geschichte müssen wir ja eigentlich mit ihm fahren. Ich meine, Sophie, der man dir den Arsch gerettet hat, das schuldest du ihm. Aber sieh es mal so, wenn ihr mit ihm fahrt, würdet ihr vielleicht erfahren, was für ein Mensch Ucdan eigentlich ist. Und wir wollen nach die schönen Illusionen nicht zerstören. Der Mann ist allan fahren, aber was soll ich da lernen? Der ist ein Sklaventreiber, nehme ich an. Ich meinte eher, dass er... Gehen wir einfach. Gehen wir einfach. Ich freue mich darauf, Ratteral Sanin wiederzusehen. Ich freue mich nicht darauf, erfahren zu müssen, wie es mittlerweile um das Schiff bestellt ist. Ich war ein Düblis. Wenn wir darauf abgeknallt werden, dann will ich nur jetzt schon mal erwähnen. Ihr habt es dir vorher gesagt. Aber Chiara ist es doch gar nicht dabei. Deswegen? Und das war ja letztes Mal der Grund, wieso es zu diesem Zerwürfnis gekommen ist. Deswegen haben wir ja Sorge... Chiara ist denn für ein Problem mit ihnen? Oh, er sagt, sie sind Verräter. Ja, und er wollte irgendetwas nicht machen, was der Haubentaucher machen wollte. Haubentaucher. Das ist ein gutes Recht. Ja, ja, aber... Nun jedenfalls haben wir diesmal Sorge getragen, uns vorher anzukündigen. Deshalb ist es hoffentlich zu keiner Schießereien doch kommen wird. Ich frage mich, wie die Tests diesmal ausfallen werden. Erwähnt ihr etwas von Tests, nicht wahr? Nur wenn wir mitfahren wollen. Wir werden sicherlich Ersanien einkehren können, ohne dass man schaut, ob ihr einen Knoten binden könnt. Oje, oje, aber gib mir einen Strick. Ich zeige euch, wie man einen Knoten bindet. Also Knoten binden würde ich hinkriegen. Das kann ich auch. Ja, ja, dann würfel mal bitte auf Fesseln in Fesseln. Ich würde das auf Seefahrt ableiten wollen. Ja, plus 10. Soll ich finden, was ein Handwerk ist? Nö. Weil du von einem Wissenstalent auf ein Handwerk ableitest, plus 10. Okay. Zählt Steuermann, weil ich sie anleite? Nö. Steuermann musst du nichts beziehen. Komm, 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 komm. Ja, du wickelst und knotest ein bisschen und siehst dann stramm und am Ende hast du nur ein gerades Seil in der Hand. Ja, lad, jetzt geht die Scheiße, ja. Und so macht ihr einen Knoten, der sich ganz leicht wieder aufmachen lässt. Ja, das ist gar nichts, was du da gemacht hast. Volltags eckelt sich das Seil gerade um den Kopf. Guck mal, guck mal, das ist der Kopfknoten. Volltags, Volltags gibt das Ding her. Ja, reine Güte. Ihr müsst alle mal in die Allanfanische Seeakademie, da würde man euch zeigen, wie man Knoten wendet, während man euch den Rücken auspeitscht, aber das würdet ihr dann lernen. Ja, ich würde mir zeigen, wie ein ganz einfacher Knoten funktioniert. Ja, Alan, gut zugucken. Ihr nehmt das Seil und verknotet es. Ja, danach machst du noch einen zweifachen Palsteak. Ja, aber das versteht ihr Allah nicht. Das ist mal so, wenn man zugeben hat. Das muss ich erst zweifachen einen Palsteak nehmen, aber egal. So, jetzt wissen wir alle, wie ein Knoten geht. Ja, Alan, ich nehme an, du übernimmst das Reden. Verkauf mich nicht in die Sklaverei. Raffi, bitte. Welcher Sklavenhänder würde dich denn nehmen, ohne sich Angst in die Hose zu machen? Gratteralse an ihn. Als ihr den alten Kriegshafen betretet, könnt ihr schon von weitem das laute Gezeter eines Angorosho hören, und der da in alten, rogolanschen Dialekte flucht. Und als ihr näher kommt, könnt ihr ihn hören. Das sieht aus, als hätte das ein Wülschrat zusammengedübelt. Nochmal! Ihr könnt über die Planken hinantreten. Die Wachen sind informiert und lassen euch dann durch. Bis ihr dann vor zwei riesigen Jakosch-Day-Mohahas, vor Wildniskriegern steht, die mit ihrer schwarzen, gestehlten Haut vor euch stehen. Das sind wohl Havalu und Helmumu, die beiden Korkweiten, die mittlerweile an Bord ja nicht nur den Kapitän abschirmen, sondern eben auch das Oberdeck. Und ja, dann bleibt vor einem Mann stehen, der ebenso allanfansch aussieht, Wieborn, der Stehlerne. Zweiter Wachoffizier, der sich vor dir aufbaut. Nicht ganz so groß wie du, aber dafür doppelt so breit und dich anstiert. Wieborn! Wo ist mein Hut? Da, wo er hingehört. Weit weg. Moment, habe ich keinen Chef. Also würde ich ihn wohl nicht tragen, oder? Hm. In deinem Kontor? In meiner Tasche. Du machst mir eine Ehre. Hab schon gehört, von dem alten Kornplatz, dass du mit dem Kapitän sprechen willst. Wir waren in der Stadt. Wir dachten, wir kommen mal vorbei. Glaub ja nicht, dass du an den Tests vorbeikommst. Glaub das ja nicht. Wir werden sehen, Wieborn. Wir werden sehen. Ich habe schon mit Sani gesprochen und ihm gesagt, dass du die Tests genauso absolvierst wie alle anderen auch. Kannst reingehen. Danke. Du Frosch. Mal an, vorne als Sklaventreiber. Er hält dich an der Schulter fest, als du in ihm vorbeigehen willst. Dreht dich um und schlägt dir mit voller Wucht in die Fresse. Boah, ich leide Lachen zurück. Ja, alles klar. Initiative. Ja, klar. Ich würde es nach dem Schlager gut sein lassen. Ich war nicht, was er vorhat. Er prügelt dir. Er prügelt dir. Er prügelt dir. Er setzt sich auf dir drauf und schlägt und schlägt und schlägt auf sein Gesicht. Ja, ich prügel das auch gerne mit ihm aus. Ich würde das jetzt ungern auswüffeln. Ja, wie auch wir zu lassen. Ich mache einfach mal exemplarisch eine Raufenparade oder so. Ja, Würfel war mal 2 W20, eine Attacke, eine Parade. Er hat 8, 8, also beides erfolgreich. 8, 7. Ja, so könnt ihr euch gegenseitig prügeln. Wir kabbeln uns ein bisschen, glaube ich, ohne dass es wirklich Raden rumkommt. Hey Mumu, zieht Havalu, also Havalu zieht dich weg und Wibon wird dann vor dem anderen weggezogen und er schreit und kauft ihr ins Gesicht. Ich war der Sklave, du Arsch! Frosch, er tritt nach dir, versucht es zu, wenn das wird weitergezogen. Gutes Gespräch, Wibon. Gutes Gespräch. Gerne wieder. Können wir uns dann jetzt umdrehen und zurück da ins Schiff gehen? Nein. Ich hoffe, diese Tests haben irgendetwas mit Wettervorhersage zu tun. Aber viel Freude, ich doch! Worüber? Das ist doch der Seadler, sieh sich dir an! Drei Reihenriemen auf jeder Seite! Ein riesiges Teil! Damit fährt man über die blutige See, nicht mit dem Dana. Was auch immer eine Schrottgaleerung, dann wohl hat. Ich möchte auch, dass er das Schiff da wohl, in der Fantasie verteidigen kann. Sieh dir die Leute doch an! Sieh dir Wibon an! Er ist fast so breit wie du, Raphim! Warte, nicht so groß. Raphim, die haben zusammen mehr Dämonen-Eichen getötet, als du je gesehen hast. Aber die, die das gemacht haben, liegen auch alle irgendwo tot in der blutigen See. Raphim, wie viele Dämonen-Eichen hast du denn gesehen? Ja, jetzt geh mit deinem Kapitän reden, ja, allein ich will ja nicht zwischen dir und deiner romantischen Begegnung stehen. Natürlich. Ah, dann geht's los. Bist du mir bleibst, wenn du zwischendrin noch stehen, um mir wenig das Blut aus dem Mundwinkel zu wischen, und dann... Ja, mit deiner zerknitterten Uniform, du bist ja nicht ganz sicher, was das ist, du hast auf alle Fälle dann die Anfertigung von der Meisterschmiedin bekommen, kannst du dann den überfüllten Raum und die Kapitätskajüte betreten. Du hast es schon das eine oder andere Mal gesehen, es hat sich nichts verändert. Ein großer Kartentisch, goldene Zirkeln, Magnetsteine, Vollwellen, also Tafeln zur Gezeitenberechnung, Portulanten, Atlanten, Küstenkarten, ein kleines Modell der Seeadler, ein Holzstich von Pericum, ein Utulu-Grohschild, was an der Wand hängt, ein Riva-Spiel aus Ebenholz, Wahlzähne, die hier hängen, und alles ist irgendwie voll in dieser luxuriösen Kabine. Logbücher und du siehst den alten Mann, wie er dort sitzt und dich tatsächlich erwartet mit seinen zerzausten Haaren, mit seinen schweren Stiefeln, die unter seinem Holzschreibtisch dann ja, darunter davor gucken und nickt dir nur kurz zu. Schnatterboer. Kameral? Ja, Bildnis für gut uns anzukündigen. Man hat Kornplatz wohlgemacht. Wir haben ihn in der Taverne getroffen. Um ihn steht es, von Jahr zu Jahr schlechter, fürchte ich. Hm, wie kommst du darauf? Die Brille, die Wunde, die Vergesslichkeit. Die Wunde, Dämonenkrallen, was will man machen? Die Wunde hat auch seine Preise bezahlt. Ich habe viele Männer verloren. Viele Frauen verloren. Also der Preis, den wir alle früher oder später zahlen. Ich habe tatsächlich versucht, mich zur Ruhe zu setzen, wenn ihr es glauben wollt. Ja, ja, einige Veteranen laufen nach oben. Dabei läuft er einfach an die Karte von Aventurien, die irgendwo neben ihm hängt. Und? Mir steht es um auch einen einsamen Krieg hier draußen. Perek Kumpferwelt zunehmend. Kaum einer macht sich mehr die Mühe, die blutige See zu überfahren. Die Händler, sie haben sich damit abgefunden. Da selbst das Ohren vernichtet worden ist, hilft nicht. Die Oronia war nie ein Problem mit ihren Birem. Das war schon immer Palligan. Wir haben versucht, die neue Kaiserin dazu zu bewegen, Emperek um andere zwei gute Worte anzulegen, aber die Admiralität stellt sich noch stur. Ja, die Kaiserin hat wohl auch viel verloren. Ich habe von den Kriegen gehört, von einem Kampf gegen den Drachen. Ja, sie hält viele Dinge im Moment für wichtiger als das Meer. Und wenn sie nicht erkennt, dass das Wasser der Ursprung und das Leben ist. Aber würden es ein, zwei, drei gute Worte von einer Kaiserin tun, dann könnte ich auch mittlerweile wieder ein Perikum anlegen oder eine Beilung. So jedoch, früher oder später wird man schon das gute Werk erkennen, das ihr tut. Aber ich bin nicht nur aus Höflichkeit oder hier, um einen Lattenfreund zu besuchen. Du hast schon gesagt, dass du die Tests, die die Tests ablegen willst. Vielleicht. Hier gehört ihr geht in den Norden? In den Norden, ja. Axelanien? Ähm, nicht ganz. Und komm schon, drückt nicht drum herum, was habt ihr vor? Sind die anderen Helden mittlerweile auch da? Ich denke, ich habe, ich denke, ich habe sie draußen gelangen. Ja, genau. Die kommen dann auch. Aber wie gesagt, gehe rein, also denke ich mal, hier wird draußen. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann. Ich verhörte mal zusammeln. Ansonsten würde ich spätestens jetzt jeden, der aber mir nicht ist irgendwie mit einer Handbewegung hinaussteuchen wollen. Also ich denke, ich bin mit reingegangen, weil sonst hätten wir ja gar nicht erst mit zum Schiff kommen müssen oder gar nicht erst an Bord gehen. Also wenn Yalan mir mit der Gäste zu verstehen gibt, dass ich gehen soll, dann mache ich das. Ich mache, nehme ist mein Begleiter nicht trauen, aber Abelmir und mich kennt ihr doch. Abelmir? Sorry, Abelmir kennt ihr auch nicht. Mein Gedächtnis, wo ist das nur hin? da, Da, da. Da, Vielen Dank.